So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt gemeinsam mit Jerm Let's Play. Hallo. Hallo. Wir spielen Operation Tango, ein Koop-Geheimagentenspiel, wo beide komplett unterschiedliche Sichten haben. Deswegen habe ich Manu ein Upgrade gespendiert. Er hat mir auch 15.000 Euro dafür natürlich gegeben. Ich bin so schön, guck mich an. Und ich schaue einfach, dass wir beide Sichten von uns haben und blende die, die gerade am passendsten ist, ein. Oder mal gucken, wie das Spiel überhaupt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich einen Trailer davon gesehen habe und der sah mega cool aus. Einer läuft halt wirklich so durchs Spiel und der andere... Kennst du dieses Spiel Keep Talking and Nobody Explodes? Ja, ja. Ja, genau. Dieses Prinzip, aber halt auf ein ganzes Spiel gestreckt, aber mit ganz vielen verschiedenen Agentenszenarien. So in etwa ist es. Also, ich bin gespannt. Ich erstelle ein Spiel. Ich habe einen Code, den ich dir geben darf. Ja, kannst du mir sagen. 1-0-9-0-8-0-8. Button auf Partner. Oh, hallo. Ach, ist ja dein Mauszeiger. Willst du der Hacker sein? Die greifen auf alle Datenbanken der Welt zu und sie haben hervorragende Fähigkeiten beim Hacken von Systemen. Oder, Angel, wir sind ein Agent im Feldeinsatz, der sich auf Infiltration und digitale Imitation spezialisiert hat. Digitale Imitation? Ja, scheinbar. Ja, scheinbar. Ähm. Ja, irgendwie finde ich es auch cool, wenn du der Agent wärst. Ich wäre gerne eigentlich der Hacker-Typ, muss ich sagen. Kann ich mir vorstellen. Okay, machen wir einfach mal so. Vielleicht kann man ja nach den Missionen wechseln oder vielleicht können wir einfach so auch mal wechseln. Starten. Spielen auf Steam. Gut morning, Agents. Willem van der Berg ist ein Dauer-Duch-Businessman, known to forcefully acquire technological prototypes and patents und re-sell them to the highest bidder. This time, he crossed the line and stole the genome map of a deadly virus. We can't let this biological weapon fall into the wrong hands. Today, van der Berg ist aus der Land auf ein Business-Trip. Your mission is to take advantage of his absence and retrieve the virus-genome from the vault in his downtown penthouse. Good luck. Okay, der ist im Urlaub und wir brechen bei ihm ein. Das ist das für ein geiles Bild. Guck nicht auf den Bildschirm des anderen. Okay. Nur miteinander reden. Kriegen wir hin. Unten links steht Menü und Hinweise. Okay, auf zwei können wir uns Tipps holen. Die werden wir oft gebrauchen. So, ich seh... Sie müssen ihrem Partner helfen, in das penthouse zu gelangen und den Tresorraum einzubrechen. Genau, ich muss jetzt nach oben. Nach oben? Äh, ich seh halt nur ein Netzwerk. Zugriff erzwingen. Okay, ich heik mich grad irgendwo rein. Was machst du? Ich kann mir Musik aussuchen. Das ist ja schön. Pärst du grad Fahrstuhl oder was? Äh, ja. Ich geh mal zu den Überwachungskameras. Vielleicht seh ich dich, ja. Ich kann aber auch nichts machen. Ich seh dich, ich seh dich im Fahrstuhl. Ach da. Aufzug starten. Ach, warte mal. Hier, guck mal, was ich kann. Oh, du hast mir einen Daumen gegeben. Ja. Ich seh dich. Du fährst gerade. Ach, ich fahr... Ach so. Äh, ich kann dir Weihnachtsmotiv anmachen. Oh. Ist das schön? Ja, das ist sehr schön. Okay, ein bisschen Sommer. Ein Geschenk... Ey. Tut mir leid. Ich kann damit interagieren. Ach so. Cool. Ja, du hast die Hälfte der Fahrt geschafft. Ich seh so einen Fahrstuhl hier hochfahren würde ich. Okay, willst du noch Halloween? Komm, Halloween. Ja, mach mal. Ein bisschen gruselig. Ah, oh. Ripp. Wir sind hier gestorben. Oh. Hilfe. Was ist das denn? Hinter dir ist irgendwas in der Ecke irgendwie. Ja, genau da. Nein? Hier. Links. Links, links, links. Ich seh schon, das wird gut. Das wird richtig gut. Ja. Okay, du bist da. Ach, ich kann hier eine Meldung noch für dich reintippen. Guten Tag, Senior. Anzeigen. Was ist wo? Ach, da. Yo. Ich seh deine Nachricht. Gnießen Sie Ihren Aufenthalt. Tür öffnen. Kann ich jetzt bitte hier raus? Dankeschön. Okay. Aufzugsteuerung rausgehen. Oh. Okay, ich kann hier gucken. Ich kann eine Kamera steuern. Ah, da seh ich dich. Ist halt schon cool. Ich kann hier einfach zugucken. Ich dachte, wir dürfen nicht beim anderen gucken. Oh. Was ist das denn da? Also meine Perspektive ist sehr eingeschränkt. So. Hier ist eine Tür. Hacking-Werkzeug. Oh. Da bist du. Hier sind Messer. Kannst Sachen aufheben? Kann ich aber nichts machen. Oh, da bist du. Hallo, guck mal. Hallo. Arm und hoch fürs Projekt. Ich weiß nicht, ob ich auch irgendwas machen kann. Schicken Sie Ihren Partner in das Penthouse und helfen Sie, in den Tresorraum zu öffnen. Okay. Oh, ich seh, wie du die Kamera bewegst. Cool. Hier, ja. Ach, da ist der Tresor. Ich seh ihn. Ja. Ich gebe ein Passwort ein. Warte, warte, warte. Ich kann ja, ich hab hier noch mehrere Menüs. Ich bin ja nur in einem von zehn Punkten gerade drin gewesen. Tresorraum. Ich kann deine, deine Hilfe anfordern. Cool. Ja, mach mal. Der Partner hat die Hilfe angefordert. Okay. Entschlüsselungssoftware wird geladen. Hä? Äh. Wie? Muss ich? Ah! What? Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ja, ja. Okay, perfekt. Ach, du konntest zu sein, ich konnte oben, du unten. Perfekt. Okay. Ah, yo. Achso, deswegen sind wir gerade gestorben. Sehr gut. Ja, perfekt. Perfekt. Ah, da, 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 da ist Wind. Okay, du, ja. Das wird so lustig noch. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Perfekt. Jetzt haben viele mit diesem Weaver hier verglichen. Oh Gott. Ja, hab ich auch gelesen. Da musst du echt gegenlenken. Achso. Okay, 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 okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe es. Ein bisschen rüber. Ich, äh, ich muss, ich hab Angst. Ja. Okay. Okay. Wir haben... 20, 05, 22, 66. Ja, ist egal. Ich bin schon durch. Der Tresor öffnet sich. Und ich bin... Äh, Sicherheitssysteme. Ich gehe in die Sicherheitssysteme. Ich guck mal. Aktiviere die beiden verborgenen Auslöser auf dem Boden, um die Sicherheitsstationen einzuschalten. Und was sagt der Server? Zugangscode. Ich brauche einen Code, um hier zuzugucken. Oh ja, hier ist ein Fernseher. Was ist das? Kann ich hier ein bisschen was gucken? Warum ist denn der Zombie in Minenkraft unterwegs? Ui. Junge, mach mir doch nicht extra Mühe. Das sieht ja schön aus. Ja gut, das reicht jetzt. Sieh mal wieder aus. Sehe ich dich hier irgendwo? Ach, da unten läufst du. Du bist irgendwo im Boden unter einem Aquarium. Ähm. Was ist das denn hier für eine Todesfalle? Was zur Hölle? Siehst du das? Äh, warte, warte, ich kann... Ja, ja, genau. Hier kann... Warte, aktiviere die beiden verborgenen Auslöser auf dem Boden. Ich kann dir sagen, wo die sind. Ja, sag mal. Äh, du stehst so gesehen vor einem schwarzen großen Feld, ne? Ja. Das hier, ja. Ja, genau. Äh, genau... Hinten rechts in der Ecke. Da ist einer. Ach, da, ich sehe ihn. Und jetzt hinten links in der Ecke ist auch noch eins. Sagst du nicht unten links? Ah, ich sehe es. Ja, genau. Perfekt. Oh. So, das sind die Sicherheitshalte. Lasererkennung wird hochgefahren, steht hier. Ja. Okay, warte, bleib draußen. Ich kann die bewegen. Äh, das muss dahin. Das muss, glaube ich, die Winkel selber. Ja, warte, ich drücke E und interagiere mal damit. Sieben habe ich. Blau sieben. Äh, warte. Falls dir das irgendwas bringt. Achso, blau sieben. Blau sieben. Okay, Wert wird zurückgesetzt. Ja, sag mir, merken wir uns mal. Ja, blau sieben. Blau dreitausendfünfhundert. Nee. Blau sechzig war es jetzt zuletzt. Blau sechzig, okay, jetzt, ich, ja, ich muss noch mal. Ah, ja, okay, okay. Ich muss hier hier auf eine Zahl drehen. Blau sechs Komma acht. Sechs Komma acht. Hab ich? Oh, hier ist es jetzt zwei. Okay. Äh, ja, ja, blau zweitausend und das ist jetzt zwei. Das andere habe ich nicht gesehen. Irgendwas mit gelb. Okay, dann muss ich jetzt noch krasser drauf achten. Oh, oh. Jetzt sind's drei. Ich wurde wegrasiert. Ich war noch bei dem anderen gerade, du. Puh. Äh, es sind immer noch dieselben aktiv bei mir. In dem Raum. Also zwei haben wir noch geschafft. Ah, ja, stimmt. Moment, dann musst du den Laser mal wegmachen. Äh, ja, der geht von, der wechselt alleine von der Zeit. Das ist nicht mein Einfluss. Äh, 3600 gelb. Drei, ich, ach, Mann. Was stand denn da noch? 3000 blau. Ach, wenn ich weggehe, dann sieht man's nicht mehr. Äh, ist zu spät. Geh weg. Geh raus, geh raus. Warte einmal, bis der... Nee, warte, der Laser rotiert gerade nicht rein. Geh weg. Ist egal, ich sag's jetzt. 190, 184. Also 190 blau. 184 gelb. 184. Hab ich. Ja, ist weg. Perfekt. Okay, bei dem Einsatz jetzt drei Stück. Blau, gelb und lila. Das schaffen wir. Dann geh ich hier mal ran und aktiviere es. Äh, blau 1000. Gelb 1900. Lila 3300. 3300. Okay, hab ich. Easy. Ist fertig. Sicherheitssystem ist umgangen. Serverzugang jetzt ungeschützt. Verbindung zum Server für den Zugriff auf die Tresore. Äh, Serverzugang. Letzt wird name... Brauch ein Passwort. Äh, 8320. 8320. Zugriff erzwingen. So, ich hab mich in den Server reingehackt. Ich kann mich bewegen hier. Ah. Kachel hinzufügen, Kachel entfernen. Ja, ich hab hier... Ach so, dann kannst du dich bewegen. Ja, 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 genau. Oh, du machst mir den Weg? Ja, so... Ach so, oh nein. Ja, ja, genau. Ja, ich versteh schon. Ich versteh das, ja. Oh, das geht weg. Warum geht das weg? Das ist so ein Lüschi-Ding. Ja. Warte, ich... Oh. Ah, cool, dass ich auch was machen darf. Warte, warte. Ich muss... Vor mir, vor mir. Ach so, du musst die... Oh! Da kommt... Nein! Okay, das geht hin und her. Du bist in die digitale Leere gefallen. Schade. Oh, mach hier. Mach hier innen am Rand. Ach so. Okay. Ich weiß nicht genau, was du siehst, aber ich freue mich im Schnitt, das zu sehen. So. Ja, okay, okay. Kann ich einfach weiterziehen? Ja, okay. Tschüss. Geh durch. Okay, okay. Ja, ich seh... Ich bin halt First Person hier. Ich seh nicht so viel wie du. Ach so. Äh, dann... Laser? Ja, die Dinger, die das löschen, die töten mich. Ach so. Du musst mich jetzt hier nochmal nach unten dann durchlenken. Warte, 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 warte. Der Laser kommt jetzt. Ich kann nicht warten. Ich bin tot. Ah, okay. Das ist sehr merkwürdig visualisiert bei mir. Dann würde ich einen anderen Weg gehen einfach. Okay. Ja, genau. Jetzt wieder da auf die... Nein, auf... Okay, okay, okay. Nein, das schaffe ich nicht. Da war alles voll. Du musst doch mal auf die andere Seite rüber. Okay. Ja? Hier rüber, oder? Ja, genau. Nee, da ist der Laser. Ja, nee, nee, da ist... Okay, aber ich kann mich hier verstecken. Jetzt kannst du weiterbauen. Ah, so. Okay, ich brauche also wirklich auch Infos von dir. Dann geh weiter. Weiter, 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 weiter und durch. Serverzugang zum Patente und Prototypen. I'm in. Jetzt müssen wir herausfinden, wo der Virus ist. Knacken Sie den Tresor, in dem Sie sich das Virus entsperren. Ja. Das muss ich einfach warten. Äh, ich habe, glaube ich, Memory oder sowas? Also, ich sehe, ja, ich sehe sehr viele Tresore. Ja, ich kann nichts hier machen, gerade. Ach so, ja, dann gehe ich einfach mal an einen ran. Der ist rot. 9G Telekom Projekt. Genau. Genau, genau, genau. Dann gucke ich, wenn wir ihn anders an. Morgen und Paul Patentenliste. Prototyp für tragbaren EMP-Mantel. Ist so, 9G-Internet will ich hier nicht. Crosscorne. Patent für volumetrische haptische Anzeige. Prototyp für Gravitationsbatterie. Blaupause für Kaltfusionsgerät. Das sollten wir erkennen direkt, oder? Da, Zielidentifiziert, ja. Verbinden. E. Virusgenomen. Okay, ich habe hier so ein Art Tic-Tac-Toe-Feld. Was zur Hölle? Ich kann A und D drücken. Ja, genau. Ich habe A, A bis D und 1 bis 4. Ah, ich muss in der Mitte bleiben. Okay, okay. Ich verstehe es. Einfach nur in der Mitte tanzten. Ich muss irgendwas machen, Manu. Ja. Ich halte es einfach nur fest in der Mitte. Ich sehe ihn. Damit das Bild klar. Ah, ich verstehe es. Ich brauche Infos, mit denen ich arbeite. Ja, ich weiß, ich weiß. Pass auf. Oh Gott, ey. Bei A, A2. A2, ja. Der untere Strich. Ja. Dann bei B3. Der mittlere schräge Strich. Der von oben links nach unten rechts geht. Okay, ja. Bezogen wird. Dann bei C2. Einfach der mittlere Strich. Der von zwischen 1 und 2 sozusagen. Was ist denn? Ach so, der, 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 die linke Wand, ja. Okay. Genau. Und jetzt die rechte Wand, die zwischen 2 und 3 ist. Ja. Und zwischen den beiden eine schräge wieder. Aber diesmal andersrum, die von oben rechts nach unten links geht. Ja, das war's. Jetzt hast du alle Infos. Ein bisschen eingeben. Sind du sicher, dass das der richtige Schlüssel ist? Ja, ja, bin ich, bin ich, bin ich. Oh. Okay. Oh, du hast den Virus gefunden. Ich werde ihn essen. Kaum ist ein Virus weg, kommt hier der nächste. Oh, ich hab dich abgeholt. Oh. Ich bin so gespannt, deine Sicht zu sehen. Ja, ich auch. Ach cool. Hier sind einfach so mehrere Missionen. Ja, dann machen wir Mission 2, würde ich sagen. Beim nächsten Mal. Prank. Prank. Oh, sehr cool. Oh, das ist ja mega cool. Das ist ja voll auf YouTube ausgelegt. Ja. Ja, Leute. Guck, wir könnten jetzt Charakter sogar wechseln, wenn wir wollten. Nee, die hatten einen Handschuh wie ich. Es wäre aber cool, beim nächsten Mal zu wechseln. Können wir machen, ja. Ja. Okay, Leute. Dann war es das mit der ersten Folge zu Operation Tango. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind die besten Hacker der Welt. Ich bin gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Ich auch. Und ja, schaut doch bei Manu vorbei. Da gibt's auch Videos. Glaube ich. Ja. Bis dann, Juel. Eure Manuels. Äh, warte, warte, warte. Hallo, hallo, hallo. Oh, schön. Den gibt's auch noch. Ja.